Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit für TRUK TV. Fuck you! Mann, 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 Mann! Es ist wirklich so zum Kotzen in diesem scheiß Land. Bist du aus Holland raus, kommst nach Belgien und Belgien ist noch schlimmer. Jetzt machen die mitten in der besten Zeit, wo man hier durchfahren kann, eine schöne Baustelle im Tunnel, wo sie alle durch müssen. Ich weiß nicht, ob das auf eine Spur ist. 20 Minuten Verzögerung stand auf der Uhr oben an der Anzeigetafel. Ach, für Scheiße. Wahnsinn, Leute wieder. Wir sind in Belgien, hört ihr das? Schlaglöcker. Na ja, dann fahren wir noch mal die restlichen zwei Stunden. Ich hoffe, ich komme noch ein bisschen nicht, dass noch an der Grenze irgendwas auf uns lauert. Dann ist Schlaf, man gesagt, und dann sehen wir uns morgen früh. Ja, das hat jetzt nichts mit Elefantenrennen zu tun. Der Pole wollte mich überholen und hat es sich dann doch anders überlegt. Mittwochmorgen, mitten in einem französischen Gewerbegebiet. Wir können dann wieder weiterfahren. Der Paul ist ausgeschlafen. Und los geht's. Ja, und die Franzosen, die haben so einen besonders eigenen Style, Auto zu fahren. Man sieht, der BMW hat da schön geparkt. Und auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt er von mir eine 7. Und damit man den Müll besser sieht, mähen die Franzosen noch mal schnell die Rasenkante. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Erste Abladestelle, hundertprozentig. Gleich bin ich da. Ich hoffe, die haben auch bis nach 4 Uhr auf. Meistens haben die ja manchmal bis halb 5 oder 5 oder bis 3 oder bis 12. Das weiß man ja nicht so genau. Ist nicht viel, sind nur zwei Paletten. Aber wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. So, los geht's durch die kleinen Pipi-Nester von Frankreich. Die sind manchmal ein bisschen eng. Solange keiner entgegenkommt, dann geht's natürlich. Aber eng ist ja ein gähnbarer Begriff. So morsch wie die Häuser aussehen, kann man da bestimmt so durchfahren wie durch einen Pappkarton. Ja. Aber ich bin gleich da. Spannung steigt. So, um Adressensuche. BNA, wie immer, wie nur das Industriegebiet und nicht die genaue Straße. Das nervt immer so ein bisschen, weil das Industriegebiet ist natürlich groß. Aber ich glaube, hier vorne ist es an der anderen Seite. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Und rumpelig ist das hier. Aber ganz schön. So, jetzt eben schnell wiegen. Ja, und gleich in die Förtnerputze rein. Da sitzt aber kein Förtner drin. Da sitzt so ein Computer, der dann irgendwann anzeigt, welche Telefonnummer man anruft. Und von der Telefonnummer aus wird dann dann gesagt, an welche Rampe man kann oder wo man hin muss. So, Wiegepapiere habe ich auch. Und los geht's, abladen. So, einmal schnell über den Hof, an die Rampe, die ganze Krütze abladen und tschüss Leute. Wir fahren jetzt Richtung Dietmar und Uwe. Da treffen wir uns. Uwe gibt mir was von seinem Auflieger. Ich gebe Dietmar was von meinem Auflieger, damit die Tour natürlich alle ökonomisch geplant sind. Und dann mal gucken, ob ich noch eine Stunde weiterschießen kann. Wäre ja geil. Ansonsten Sleeping. Oh, hallo Dietmar. Welcher Zufall. Was machst du denn hier? Was für ein Zufall, ja. So, guten Morgen. Gleich geht's los. Ab zum Atlantik. Ich kann jetzt endlich durch starten. Es ist Donnerstag morgens, 7.55 Uhr. Und es geht ans Meer. Yo, ab zur Abladestelle. Und ein Augen glinzeln und schon sind wir da. Wenn das in echt doch auch mal so wäre. Und wenn in echt das Tor auch so schnell aufgehen würde wie hier. Aber naja, egal. Weiter geht's zur nächsten Abladestelle. Beziehungsweise zum Laden. Ja, ich bin in Brest. Hier hat mein Opas Kollegen auch mal einen Stützpunkt. Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Und ich fahre hier zu einer Ladestelle. Dann fahre ich nochmal ein bisschen um die Ecke. Ich stelle mich 24 Stunden auf den Parkplatz. Und mache Augenpflege. Danach gibt's dann eine Restladung. Und dann ab nach Schleswig-Holstein. Und Telefon. Warte mal. Warte. Okay. Bis später. Ciao. Ich muss mir nochmal so ein Stöpsel fürs Ohr holen. Das geht jetzt nicht. So, meinem Kollegen biete ich jetzt noch ein paar Paletten mit. Da braucht er nicht ganz die Runtergurken. Da haben wir wieder 200 oder 300 Kilometer Kraftstoff gespart. So muss das laufen. Hundertprozentig. Hand in Hand. Höchst Franzosenland. Liebe Mitreisende, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir have fast arrived our Ziel. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Es war sowas von klar. Die machen natürlich Mittag. Tür ist nicht offen und geht auch nicht auf. Fuck. Mann. Wieder eine Stunde verloren. Oder zwei. Ich weiß gar nicht. Anderthalb Stunden verloren. Scheiße. Yo. Es gibt Chivapschichi. Dann koche ich mir jetzt erstmal was zu essen. Chivapschichi von der Firma Bus. Freizeitmacher. Pikante Hackfleischröhrchen mit Balkangenüse und Reis. Bin ich mal sehr gespannt. Und vielleicht, bevor ich in die Mikrowelle stecke, kann ich es vielleicht nochmal kurz zeigen. Da kriegt man doch direkt Appetit, oder? Hm. Das ist so ein richtiger, ein kulinarischer Ausflug, würde ich sagen. So und nebenbei noch ein bisschen Fernseh gucken. Krümel, was machst du denn da? Ja, sieht doch gleich ganz anders aus, ne? Schmeckt aber gut. So, ich habe geladen, aber leider nur für mich. Für Dietmar konnte ich nichts mitbringen. Es war noch nicht fertig. Vor 6 Uhr wird das nichts, sagte der Blumenbruder. Und das ist natürlich scheiße für Dietmar. Er musste jetzt extra hinburken und da noch mal warten. Und kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so weit fahren. Aber ich muss weg, weil ich hinten da stehen muss, wo ich hin soll. Damit ich morgen meine Pause voll habe. Tut mir leid, lieber Dietmar. Fuck. Scheißwetter! Waaaah! Waaaah! Big Mother Bear, we come to me! Speaking words of wisdom! Ja, dieses schlechte Wetter lässt mich natürlich auch schlechte Lieder singen. Aber, naja, mal sehen. Vielleicht reicht es ja irgendwann mal für DSDS, dass ich den Lieder zeigen kann, wo der Hammer hängt. Aber jetzt erstmal auf meinen kleinen Parkplatz und Wochenende. Jawoll, ab jetzt habe ich hier 24 Stunden Wochenend, Freizeit, Spaß pur. Die Gesetze wollen das ja so. Ist ja auch alles richtig. Denn man kann hier tierisch Spaß haben auf diesem Blumenkohlhof. Man sieht da vorne zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir eben ein bisschen scharf stellen. Hier, da kann man Fiederball spielen oder man kann da Ameise fahren. Also es ist für alles gesorgt und es ist ja auch klasse, die Politiker, das sind ja Leute, die müssen das nicht lernen. So wie ein Handwerker zum Beispiel einen Tischler lernen muss oder ein Lkw-Fahrer den Führerschein machen muss oder sonst irgendwas. Das sind natürlich ganz besondere Fachmenschen, die sich auch mit sowas auskennen. Und ich finde es klasse, echt, hundertprozentig, dass solche Leute sowas festlegen oder solche Gesetze auch festlegen. Daumen hoch. Ich mache jetzt ein schönes Wochenende hier. So, und was macht man am Wochenende? Man geht in die Disco und ich bin in meiner Ein-Mann-Disco. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonnieren, kommentieren, bewerten und keine Ahnung was. Jetzt geht's los. Per cited in der circles auf dem ridiculei . Bis zum nächsten Mal. A bis zum nächsten Mal.